Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Wölunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht hundert Wintern nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Hey Brock, wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, da bin ich jetzt ganz hoher. Atreus, komm her! Also Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Noch eine Geschichte? Na schön. Es war einmal ein Frosch. Sein Teich trocknete aus, also suchten der Frosch und sein Sohn ein neues Zuhause. Sie fanden einen Brunnen. Der Sohn sah das Wasser und wollte hineinspringen, doch der Vater hielt ihn auf. Er sah, dass der Brunnen tief war und sie nicht wieder hinauskommen würden, wenn das Wasser erneut versiegen würde. Klugerweise zogen sie weiter. Das war's. Wir machen ein andermal weiter. Gut. Wir machen ein riesiges Wektor. Das war's für heute. 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 Willst du ihm nicht helfen? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Botengänge für Zwerge mache. Oh. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits. Niemals. Er greift nicht an. Oh. Mein Mutter klang die gefährliche. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Das war's für heute. Was ist das? 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 Ja wohl! Was ist das? 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 Ich bin bereit! Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das?